Hey Leute, nicht vergessen, falls ihr das nächste Mal Robux kauft, vergesst nicht unten rechts hier auf diesen Star-Code zu drücken und dort Roman einzugeben und auf Validate zu drücken. Dadurch könnt ihr mich unterstützen, ohne dass es euch irgendwas kostet. Vielen Dank! Willkommen zu Arsenal mit Lars. Hi! Hi! Wir spielen heute eine Runde Arsenal, das heißt also, wir werden ballern! Yeah! Aber, äh... Vier Teams oder zwei Teams? Ah ja, okay, ich hab's. Ich wurde eingeschaut. Welches Team, Lars? Rot. Blau, ich bin blau. Oh Mist, ich bin rot gegangen. Okay. Gun Rotation. Jede 20 Sekunden kriegen wir eine andere Waffe und derjenige, der am meisten Kills macht, gewinnt. Ich bin oben rechts. Siehst du mein Profilbild, Lars? Diesen Fuchs? Ja, ich seh dich. Oh mein Gott. Ist rot, ne? Was hast du für eine Waffe? Hast du so eine Waffe, mit der man zielt? Oh mein Gott, da kamen voll viele. Alter, mir hat gerade einer... Alter, mich hat einer gerade richtig abgeholt. Der hat mich einfach mitgenommen. Weggenudelt. Alter! Da sind so sechs Leute gleichzeitig. Oh mein Gott. Hab einen gemacht. Ich bin gar nicht mal so gut in solchen Spielen, Mann. Ich auch nicht. Versteh das nicht. Was muss ich... Oh mein Gott. Junge, was? Der Typ hat einfach eine Rakete gehabt. Alter, die Leute, die hier drin sind, irgendwie viel besser als ich, hab ich das Gefühl. Also in Paintball war ich gefühlt besser. Aber irgendwie ist meine Maus auch sauschnell. Oh nein, Waffe. Oh mein Gott, ich hab jemanden geholt. Meine Maus ist hier drin aber auch richtig schnell in dem Spiel. Also man muss hier die ganze Zeit so spiele. Oh mein Gott, ich hab einen geholt. Alter, ich hab nur noch fünf Leben. Oh mein Gott. Was? Der hat einfach ein Schutzschild. Oh mein Gott. Ich hab eine Sniper, Lars. Hast du auch eine Sniper? Ich hab auch eine Sniper. Ich glaub, wir bekommen alle immer dieselben Waffen. Oh mein Gott. Ich hab da gerade einen einfach um die Tür geholt. Uh, Mama. Du kannst auch hören, wo die laufen. Alter, dieses Spiel ist richtig gut gemacht. Nein, daneben, Mama mia. Oh mein Gott, Critical Hit. Eigentlich, Lars, wenn du ein Spiel spielen könntest, ne? Und dieses Spiel, ähm, du könntest nur ein Spiel mitnehmen auf einer einsamen Insel. Ich glaube, ich würde auch, glaube ich, Roblox nehmen. Weil du kannst in Roblox irgendwie alles spielen so. Ja, und wenn du dich dann richtig gut auskennst, kannst du es programmieren. Wer ist denn da so laut, Alter? Irgendeiner schießt da so richtig, richtig laut. Oh Gott, ich hab eine goldene AK. Hast du auch eine goldene AK? Oh mein Gott. Die ganzen Geräusche um einen herum verändern sich auf einmal. Ah, mein Auge hier. So ein nicees Game, wirklich. Ja, ich find's auch richtig nass. Ah, mein Auge hier. Erinnert ein bisschen an Dings. Oh lol, du verlierst sogar Geld, wenn du stilzt. Hast du gesehen? Echt jetzt? Money. Oh mein Gott. Hast du das abgeholt? Ah, das liegt daran, weil mein Auge juckt, Lars. Jetzt red ich nicht raus. Doch, du hast mich nur getroffen, weil ich mich gerade an meinem Auge jucken musste. Du kannst es in der Facecam sehen. Ui, jo. Die ist richtig geil, die Waffe. Boah, das macht richtig Bock gerade. Die macht nämlich One-Hit. Das ist richtig cool. Mann! Ich treffe dich. Jawohl. Wer hätte mich gemacht? Alter, Lars, du hast voll viele Kills. Ah, oh. Ah, jetzt ballern die richtig drauf los. Ja, ja, das ist so eine richtige Baller-Geschichte hier. Warte mal, ich mache mal mit dem Spiel noch einen kleinen Ticken leiser. Lauter, ja, lauter. Ja, wobei. Okay. Nein, das ist ein Tui. Okay, ich habe einen geholt. Das warst du. Das war ich sogar. Oh mein Gott, ich habe zwei Stück abgeholt. Ich habe wieder eine Sniff. Oh mein Gott, Junge, der kommt mit einem Messer. Was geht denn jetzt ab? Ja, es gibt auch Leute, die haben ein Messer. Ich glaube, jeder hat ein Messer, wusstest du das? Ne. Oh mein Gott. In den Fuß geschossen, Junge. Ihr habt dir in den Fuß geschossen. Mir? Ja. Oh mein Gott, hast du wirklich? Ich habe noch 50 Leben gehabt. Oh Gott, Lars, ich habe mit dem Sniper gerade richtig gut gehabt, ey. Ja, ist so. Oh. Alter, was ein Baller-Game, gell? Echt? Wir haben halt gewusst, dass ihr Baller-Games mögt, nachdem wir dieses eine Paintball-Spiel gespielt haben. Ja. Habt ihr immer nach mehr gefragt, ey. Wir wollen mehr, Roman. Und dann habe ich gesagt, okay. Mehr Gemetzel. Mehr Gemetzel. Oh mein Gott. Aber ich muss sagen, dieses Spiel hier ist schwieriger als das Paintball-Spiel. Oh mein Gott, ja, ist echt so. Und es ist auch lauter irgendwie. Ein bisschen, ja, aber es ist nicht so schlimm eigentlich. Oh mein Gott. Yo, yo, yo. Oh mein Gott, jetzt haben alle so Dings Schalldämpfer-Waffen. Oh mein Gott, das ist so schwierig. Ah, ich wusste, dass du das warst, weil niemand zielt so. Niemand ist so präzise. Niemand ist so präzise. Die Aresulino. Ha. Aresul oder Aresulino. Na ja, ich führe ein Doppelleben. Oh nein, jetzt habt ihr Pumpgunz. Also so Dings, so nicht Pumpgunz, so Raketenwerfdinger da. Raketenwerfdinger, Pumpgunz. Oh mein Gott. Hä, aber wie benutzt man die? Ja, Junge, was ist das denn? Wieso spielt man denn mit solchen Farben? Was ist das? Aber damit kannst du richtig viele Leute gleichzeitig holen. Ja, ich habe gerade auch einen Kill gemacht. Richtig cool. Oh mein Gott. Ja, die sind schon besser. Das ist schon eher mein Ding. Das ist eher dein Ding, die Waffe. Traust du dich aber jemanden mit dem Messer zu holen? Meser. Mit dem Meser. Guter Messer. Ey, drück mal G. Oh mein Gott. G? Drück mal G. Provozieren. Oh mein Gott. Man kann einfach tanzen, gell? Ja. Hey, wie kann man das wieder ausmachen? Bleib kurz so. Was? Man tanzt dann die ganze Zeit, oder was? Ja. Oh nein. Oh mein Gott, waren da viele Leute gerade. So schwierig gegen so viele, ey. Ja, das ist halt auch wirklich. Die Map ist zu klein und zu viele Teams. Du kannst auch mit F die Waffe inspizieren. Wusstest du das? Oh mein Gott. Ich habe gerade so einen nicen Typen geholt. Ich habe gerade drei Leute geholt, Alter. Oh mein Gott. Aber jetzt, dieser Zocker ist auch nicht schlecht, ne? Ich bin nicht mal Erster. Mann, das trägt mich auf. Nein. Er hat nächste Gun Rotation. Oh mein Gott. Das war Revenge gerade. Er hat sich an mir revanchiert. Ein Ron-Vill. Ja. Oh mein Gott. Man muss ja in dem Spiel richtig viel springen. Wusstest du das? Ja, und sneaken. Sneaken? Sneakst du? Manchmal musst du sneaken. Mit was? Achso, mit Steuerung. Ja. Oh mein Gott. Da ist gerade einer aus einem Büro so rausgehüpft. Ich sehe keine Leute mehr. Ich auch nicht. Okay. Jawohl, neue Waffe. Oh Gott. Was ist das für eine Waffe? Hä? Ich habe die Waffe nicht verstanden. Junge, du brauchst da vor lange, bis du... Bis die schießt, braucht die vor lange. Achso, die lädt die so ein bisschen auf? Ja. Oh mein Gott, diese Waffe. Alter, das ist viel... Irgendwo Schüsse, aber wo? Oh mein Gott. Wo kann man denn ein Messer ziehen, bitte? Einfach Mausrad bewegen. Alter, ich habe so... Ich bin im Kill absolut Nachteil. Den habe ich geholt. Bruder. Ich sehe nicht mal Gegner. Was? Oh nein, dann gucke ich eine Sekunde weg. Junge, das war ich. Oh nein. Ich glaube, das war ich. Das war es auch du. Juhu. Hallöchen. Kuckuck. Nein. Nein. So, jetzt habe ich das geholt. Quickshot. Nee, das warst du nicht. Nicht? Nitrop hat mich gekillt. Ich muss jetzt dringend 100 Kills machen. Nein. Was gibt es denn bei 100 Kills? Mann, dieser eine Typ mit dieser Robe, der ist auch nicht schlecht, ey. Critical It. Oh, toll. Gemessert. Ich brauche mehr Leute. Ich brauche mehr Leute. Da soll mal einer sagen, Roblox ist für Bees. Oh mein Gott, ich habe jemanden gedingst. Wesert. Äh, genesert. Ey, Golden Gun. Was ist Golden Gun? Oh mein Gott, sind hier viele, die alle ballern, gell? Alle schießen hier drin. Wahnsinn. Falsche Richtung. Okay. Bleib cool, Lars. Oh mein Gott. Das ist laut hier manchmal, gell? Oh mein Gott. Ich habe ein goldes Messer. Hast du... Nein. Ich finde niemanden. Junge, was ist mit dem los? Hilfe. Der ist wahnsinnig gewonnen. Ja. Winner, Erisolino. Wow. Ja. Gut, gut. Mit dem letzten... Ich habe mit dem Messer jemanden geholt. Oh mein Gott. Schade. Aber gut gemacht. Gut gemacht. Hey, richtig gut. Freue ich mich richtig sehr. Okay. Das, meine werten Damen und Herren. Ich war sogar der Letzte. Nee, warst du nicht? Du warst Platz 28. Nein, nein, nein. Ich war der Letzte, den Dings, der das Spiel entscheidet hat. Ah, okay. Alles klar. So, und ich kriege hier noch ein Free Case. Wille ein Team. Jeder gegen jeden. Bist du drin? Oder hast du es schon ausgemacht? Nee, irgendwie bei Another, so bei mir. Versuch mal, irgendwas komisches. Okay, jetzt versuche ich mal, ein bisschen noch besser zu sein. Das ist jetzt ein anderer Spielmodus. Hier spielt jeder gegen jeden einfach. Och, Junge. Ich wusste, dass du das bist. Woher wusste ich das? Oh mein Gott. Was ist das für eine Waffe? Alter Fuchs. So sieht man sich wie. Oh mein Gott. Ich habe gerade einfach so eine Laserwaffe gehabt. Und jetzt habe ich so eine krasse Pistole. Junge, da gibt es Leute, die haben einen Flammenwerfer. Oh, schön, den habe ich geholt. Ei, 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 ei. Oh mein Gott. Oh, ich habe ein Buch. Ich habe ein Feuerbuch bekommen, Lars. Junge, man kann hier einfach Achterbahn fahren. Ich fahre Achterbahn. Na, aber nicht. Echt jetzt? Ja. Ich will auch eine Achterbahn fahren. Wo bist du? Oh mein Gott, da hat mich jemand einfach abgeholt. Ist die schnell, die Achterbahn? Ja, ich kann gar nicht. Ich dachte eigentlich, dass man da so... Hey, ich bin auch an der Achterbahn gespawnt. In so einer blauen? Ja, ja, genau. Ja, ja, da kannst du dich gleich reinsetzen. Wenn da die Achterbahn kommt, meinst du? Bitte. Bitte mich nicht töten. Kommst du zur Achterbahn? Man kann hier gar nicht treffen, wenn du in der Achterbahn fährst. Das ist irgendwie voll low. Oh, hallo. Du brennst, gell? Weiß. Stirbst du? Genau, on fire wie ein Waldbrand. Oh nein. Ja. Ich hab dich gerade mit einem Feuerfluch-Dings so verzaubert. Ein Feuer... Ey, man kann auch andere Sachen fahren, wie zum Beispiel so ein Ding. Oh mein Gott. Es gibt manche Gegner, die sehen so gruselig aus. Die leuchten so richtig. Was ist das denn für eine Waffe? Ist das einfach so eine Laserwaffe oder sowas? Oh mein Gott. Ich hab jetzt hier so eine Pistole bekommen. Alter, Wahnsinn. Man muss hier so aufpassen. Oh mein Gott. Hä? Was hab ich jetzt für eine Waffe? Lars, ich hab so eine Sternschusswaffe. Oh mein Gott. Das sind Schuriken, die ich da werfe. Alter. Oh mein Gott. Was war das? Alter. Alter. Schnurrsenkel, du. Ah. Jetzt, Alter. Manche Waffen sind so richtig laserhaft, gell? Ich hab jetzt auch wieder so eine überkrasse Laserwaffe. Da unten ist hier jemand. Jetzt hab ich den Fluch. In der Achterbahn. Toll. Was ist das für eine Kacke? Alter. Manche Waffen sind so overpowered. Oh mein Gott. Aber manchmal hat man auch einfach nur... Wo ist hier jemand? Ich muss den mit Feuer belegen. Nein. Gerade haben zwei Leute auf mich gleichzeitig geschossen, Mann. Oh Gott. Okay, da hab ich den geholt. Alles klärchen. Alles klärle. Oh, was war das? Ich wurde einfach... Ich wurde von der Achterbahn umgenietet. Von der Achterbahn umgenietet? Ja. Ich versuch jetzt mal... Ich versuch mal, den Dings zu fahren. Den Rollercoaster da. Da machst du aber keinen Kill. Das ist voll schwer. Das ist so ein bisschen laggy. Nee, nicht den Rollercoaster, sondern... Ich versuche, das Riesenrad jetzt zu nehmen. Ich bin die Runde richtig schlecht. Ah. Ich hab ne Sniper, mit der ich spielen muss gerade. Bist du die Runde schlecht gerade? Ja, irgendwie schon. Komm jetzt. Oh, gut. Okay, gut. Okay. Okay, okay, okay. Ich bin da gerade die Leute am Abholen. Nein! Mann, ich komm nicht mal weg von meinem Startbereich. Ich komm immer nur aus... Junge, was ist das? Der Typ hat ne Minigun. Ja, ja. Ab 20 kriegst du ne Minigun, Roman. Oh, komm jetzt mal. Die Leute sind so gut. Oh mein Gott. Ich krieg's nicht hin, die Leute mit ne Sniper zu holen. Dieser eine Typ ist so gut. Schuriken, Junge. Was ist das? Mann! Ich komm... Ich schaff's gerade nicht mit der Sniper. Endlich! Okay, jetzt hab ich auch die Minigun. So, jetzt hab ich mit der Minigun jemanden geholt. Junge, fahr auf auszureichen. So, dann hab ich den jetzt geholt. Okay, ich hol den anderen wieder ein. So, jetzt hab ich das hier. Ja, damn. Okay, ich bin 23. Mit 23 Kids dabei. Oh mein Gott. Ich versteh, warum der so lange braucht. Die Waffe, die als nächstes kommt, die ich ja gerade hab, das ist nur so ne Einschusswaffe. Und die macht nicht viel Schaden. Alter. Ich weiß nicht, wie ich das hier machen soll. Oh mein Gott, ich hab grad einen geholt. Okay, den hab ich auch geholt. Okay, ich bin jetzt... Oh, der Typ ist auch 25. Junge, das macht so Bock. Ja, Mann, extrem, gell. Ich bin auch gerade... Ich bin gerade bei einem Schalldämpfer. Oh, Mann. Ich hab gerade ne Waffe, die ist ultra schwer. Das ist einfach nur ne kleine Pistole mit nem Schalldämpfer dran. Und damit musst du direkt richtig gut treffen. Oh mein Gott. Alter, jetzt hab ich gerade aber auch nicht getroffen. Critical Hit. Ah. Mann, ich hab gerade nen Critical Hit gehabt, Lars. Mit 224 Schaden einfach. Das war übertrieben. Oh mein Gott, so nice. Nein, Junge, du hast sieben Leben. Hab ich dich geholt? Ja, ich hab dich gerade fast geholt. Du hast den anderen, während er das geholt gab, gell? No. Der Typ ist so krass gut, Mann. Wie konnte das eigentlich sein, dass ich... Äh... Dieses Spiel noch nie gespielt hab? Das ist voll cool. Ich auch nicht. Ich kannte das zwar, ich hab's schon ein paar Mal gesehen, aber nie gespielt. Ich hab's auch irgendwie nie gespielt, aber ich find's richtig gut eigentlich. Oh Gott, bitteschön. Oh mein Gott. Ich bin beim Messer. Ich bin beim Messer. Ey, ich glaub, der Typ cheatet. No joke, ich glaub, der Typ cheatet. Der wusste, dass ich um die Ecke stehe. Nein! Ich bin beim Messer, Lars. Ich bin beim Messer. Ich muss das nur schaffen, jemanden jetzt mit dem Messer zu holen. Yeah! Oh mein Gott, schon wieder mich. Oh yeah. Der eine ist Level 104, der zweite. Und ich bin Level 2. Ich bin einfach Erster geworden. Schön. Okay, Leute. Falls ihr weiteren tollen Gameplay sehen wollt, der circa so aussehen, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Hblehed. tj 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 Untertitelung des ZDF, 2020